Hallo liebe Freunde und damit ein herzliches Willkommens-Rück-Zug-GTA 5 Mit mir, ich bin der Rezak-LP und wir spielen... ...GTA, wie gesagt So, wir haben ja das letzte Mal die Autos besorgt mit den Bull-Missionen, mit den... ...oh, auf den Highway mal gescheitert sind, ne? Die Aktionen, die wollen wir ja nicht mehr dran erinnern Das ist ja schnell von gestern So, wir gucken mal ganz kurz in die Karte, was haben wir denn überhaupt zu tun? Was können wir denn überhaupt machen, ist erstmal die Frage Da unten scheint irgendwas zu sein Ich guck mal gerade, D Können wir eigentlich mal hinfahren, andere Stationen gäbe es, oder? Gibt's da noch andere? Wir könnten auch hochfahren Ach, hier brauchen wir wieder, oder? Hier brauchen wir wieder Fluchtfahrzeug, ein neues, okay Na gut, da fahren wir aber erstmal So war jetzt Michael, ne Michael war der Blau, oder? Michael war Blau, ne Grün hier, das grüne Symbol Also Grün war... Wer sind wir denn gerade? Michael Also brauchen wir ja, äh, hier Franklin Also zu Franklin schalten Oder? Michael war der Blau Da war Franklin, war Grün, genau Und hier Trevor war auch Orange, genau Damit muss man auch erstmal klarkommen, aber Na gut, das ist ja leicht eigentlich Kann man sich ja... Ich gehe, Mann, bevor du dir advantage hast Oh Oh Okay Der Michael, äh, der Michael Der Franklin ganz sportlich und Oh Ach, hier müssen wir wieder was suchen, oder was? Ach, nö Ach, das war das eine mit dem Truck, oder? War das nicht? War das nicht? Das können wir machen Hm Hätte ich da Bock drauf? Ach komm Amos durch ist ja gut So, mit dem Motorrad fahren wir gerade Okay So, ich hoffe, wir müssen nichts finden Oh, es wurde angezeigt, dann in der Korte eigentlich, oder? War das nicht so? Das war doch wie mit der Person, die wir hier erschießen mussten, oder was das war mit den Trevor, weiß ich gar nicht mehr Ich weiß es nicht So, mit dem Motorrad kommen wir ja easy locker hier durch Also, oh, abzweigen verpasst, natürlich Alter, ich hab doch bloß mal kurz seine Korrein gefangen Jetzt will er mich wieder da Alter 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 Willst du mich ver- Alter Alter, die sind mir hinterher Guckt euch das mal an, die roten Punkte Alter Ich hab doch nichts gemacht, Freunde Ich hab euch doch bloß mal ein bisschen gestriffen Alter, ey Also, manchmal bei GTA 5 fragst du dich Hä? Haben die da ins Gehirn geschissen, oder? Weiß ich nicht Also, stellst du wirklich mal die Frage So, wir sind gleich im grünen Bereich Jetzt sind wir im grünen Bereich, okay Okay, okay, bis jetzt passiert nix Das kann sein, dass es auf der Autobahn ist Bitte, ne Fahrzeug Okay Alter So, ich konnte es jetzt gar nicht so richtig lesen Wegen hier Dingens Weil ich ja nicht Vollbild spiele So, das müssen wir da Ja, das war natürlich sehr schlau Das war Grandios Das war eine geile Aktion Das muss- Hallo, steig mal drauf Das muss jetzt einfach sein Ich muss da einfach Der Laternfall, der war so geil Den musste ich einfach nehmen So, aber jetzt in ernst Wo ist denn jetzt Das müssen wir denn hier machen Ich glaube Oder Ich guck mal grad runter Wenn wir denn runterschalten können Wir sind ja grad in der Mitte Haben wir jetzt das Fluchtforteck holen Oder Oder was soll man Verstecktes Fluchtforteck Ah, jetzt setzt er seinen Helm auf Oder was ist er anhält Das verstehe ich nicht Jetzt in ernst Hä Ach komm, wir scheiß drauf Da machen wir halt Da machen wir halt Hier kommen wir von dem D Zu Devlin Oder wie der heißt Keine Ahnung Kannst grad nicht lesen So Kommen wir denn überhaupt wieder drauf Ist die Frage Wir müssen da lang Okay Kommen wir hier drauf Da kommen wir drauf, Alter Jetzt reicht es zusammen Da kommen wir drauf So Was ist da Ach nee, wir kommen da rüber Scheiße Das ist natürlich Hm Was hab ich denn hier auch gemacht Bin ich denn überhaupt Hallo Hilfe, Ausgut So Das war schlau Ach, Alter So, ich wieder fünf Minuten Gar nichts hier Alter, jetzt steigt drauf Also manchmal reagiert er gar nicht, ne So, ich komme hier gar nicht mehr drauf, oder? Oder? Nee, das wird nichts Da kommen wir drauf Ach, guck mal an Ah Boah, Alter Da kommt ein Zug So, ich fahr mal grad hier oben lang Die Schneise So, jetzt müssen wir aber trotzdem hochkommen Irgendwie Hier auch vielleicht Keine Ahnung Doch, da geht's da hoch, oder? Hier geht's da hoch, komm Da geht's hoch Hier geht's hoch, genau Jetzt sind wir wieder drauf Okay, dann haben wir's doch So wird ein Schuh draus Boah, ich muss es mal grad erzählen Ich bin ja grad von der Schule wieder gekommen, ne Ist ja wieder Montag Ist ja wieder Schulstart Da wollte ich grad aufnehmen Und auf einmal, ne Fang ich an Hab ich einen Schluck auf Ist mir auch noch nicht passiert Und auf, ne Also hier Gerade beim Aufnehmen, ne Und so Bis freust du dich schon so Auf der Schule Und so, ne Und so Dann wieder aufnehmen Jawohl Und so Und jetzt, ja Fast einen Schluck aufbekommen Und hier fast Also wie lange der gedauert Hat der Schluck auf mal Also Eigentlich ist es selten bei mir Dass ich Schluck auf mal habe So Und die Theorie stimmt auch nicht Wenn du Schluck auf hast Dass jemand da an dich denkt Das stimmt gar nicht Ach Mensch, guck mal Ist das Trevor Okay, du hast mich, Homie Okay Du kennst, wie du das Falschrecken, diese Scheiße schon Ja Ich finde es Wechsel zu Trevor Was hat denn der jetzt vor Okay Booting up You can use the sticks To move the camera Zoom in and out It'll pick up pedestrians Carrying the 2012 SA State license Oh, was ist das? Oh, was ist das? Wenn du ihn richtest Wenn du ihn richtest Dann schaffst du ihn Dann schaffst du ihn Dann schaffst du ihn Sonne of a bitch Da war der hier Hallo Let me get the hang of this thing Hallo Ich möchte hier aber Bin ich denn gerade Ich will ja Wissen ja das FBI FIP wollte ich sagen Hallo Ach, da, ich sehe ihn Da ist er doch Da Na Public exposure What's the deal, Franklin Man, fuck yeah I got a high ass, homie One time I'll pick a brother up For any old shit You want me to take it out On the LSPD representative Sitting beside me Man, just get to Howard Do what we looking for Is down that way I'll follow the claw Howard You heard the math Wherever you wanna go Was hat denn der jetzt vor Scanne die Zielperson in Hedrick Okay Gott, so lange haben wir Feiler Das ist ja mal Ich meine, da sind einige schlechte Appels In der Department Aber Any Akkusation Of a racist culture Du willst mich blöden? Du kannst blöden Auf der freie Weg Wir haben keine Ahnung Aber wir haben Meine schon Quote Ja, ja, yeah Du bist nice Du hast meine schon Quote Ich habe keine Ahnung Look, please Wir sind so weit In den letzten zwei Dekorden Uhhh, du hast Glück Du kannst das Ding mit einer Hand Und fliege mit der anderen So jetzt erstmal die erste Frage Wo hat... Um Himmels Willen Wo hat Trevor Diesen Polizei Heli Komm her, Franklin Wir sind in Position Over Howie Avenue Was der Name der Suspens? Das Mann ist Chad Mullic Okay, Chad Mulligan. Roger that. Not our Suspect. Two guys on the rooftop going at it. Lady downstairs in the bikini. Let's see if we can connect the dots. Ach, da. This isn't the one. Not Mulligan. Okay. Da unten ist noch einer. Ach, da scannen die. Okay, und dann? Come in, Franklin. Suspects not in the area. I repeat, Suspect not found in the area. Okay. It might be a couple of blasties today. Roger that. Okay, da sind mehrere Zielpersonen wieder. Das ist ja geil. Einfach hier so scannen. Geil. Cool gemacht. So, die sind auf der anderen Seite, wahrscheinlich, oder? So, die sind auf der anderen Seite, wahrscheinlich, oder? Okay, den müssen wir jetzt verfolgen. Also, die rote Zielperson hier. Okay. Okay. Da ist ein Hund, oder was ist das? Das ist ja mal geil. Was macht der jetzt? Okay. Zu hoch? Wo ist er denn? Hä? We have lost sight of the Suspect. Might have to send a pilot boy down to draw him out. Hold on, wait. You should come out from behind that building. Ach, alter. Ich hab'n doch wieder. Weck dich ab. Suspects on foot. Okay, I see the job. I ain't far away. Vielleicht ein bisschen höher. Was macht der jetzt? Da ist er wieder. Okay. Suspect stopped walking. It appears to be accessing a small garage. Okay, I see. I'm gonna get the call. Okay. Hey, motherfucker. Oh, shit. Oh, fuck. What happened? Hey, look, just stay on you, man. And let me know, where you're going. I'm going south on Dutch Drive. Hey, man, you get another cup on this shit. Und dass man dann wirklich so ein Auto verfolgen kann, ist ganz geil. Oh, okay. Well, I'm fucking done. So, der Pater war irgendwie komisch. Wow. Wow. Da ist er. Oh, was ist das? Das ist das, die Pater-Unit-3. Die Pater-Unit-3-Reforts sind großartig exageratet. Over. War nicht so leicht. Der Pater-Unit-3-Reforts sind großartig exageratet. Oh, ja, das war knapp. Auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren. Okay. Er pickt ab. Das hat er noch vor. Hey, wo ist er, Mann? Suspect back in Delpero, heading west. So, ich hoffe, Franklin ist noch dran. Müssen wir die Krache besorgen, oder? Oh. Wow. Was hat er vor? Macht denn der? Wie fährt denn der? Der nutzt Abkürzungen. Wow, alter. Ins Parkhaus. Okay. War er hoch, oder? Ah, da ist Franklin gewesen. Gut, okay. Okay, was jetzt? Langsam und ruhig. Okay, der fährt gerade. All garage exit clear. Suspect is in the building. I can't see him. Need some help here, flyboy. Where is he? Ah, you can toggle the thermal vision. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Hahaha, guck mal an. Den kontrollieren wir natürlich. Hey, can you all still sleep? I'm in the middle of the garage, Das ist so verdächtig, oder? Okay. So, 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 so. Oh, fuck. Oh, fuck. No, 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 no. Fuck. Was ist denn schweizer, hä? Was denn? Der Sockdown. Kacke, Scheiße, Frack. Was muss ein Mann tun, um seinen Scheiß abzuholen? Zeit war, dass jeder Garage ein Pick-up-Joint war. Jetzt ist alles online und es tut. Wo ist der lustige... Was wird schon der Sucht denn doch, hä? Irgendwie verstehe ich das gerade irgendwie nicht. Da, auch noch einer. Da ist er, oder? Der rennt weg. Nee. Hey, that ain't... Das ist Franklin daneben, oder? Wir suchen nach einer Wärmequelle. Also das ist er nicht, oder was? Okay, da wissen wir Bescheid. Ja, das sieht doch sehr verdächtig ausfallen, der eine, der hier drin sitzt. Ah, wir müssen warten auf Franklin, okay. Da kommt der andere gelaufen. Dann kann's ja eigentlich nur noch der sein. Dann kann's doch eigentlich nur noch... Jawohl. Oder? Na klar. So, raus mit dir, du scheiß Kerl. Ja, ja, komm. Mach mal schön die Fliege, strecke in den Z-Typ. Nein! Es ist dein, Mann. Nein! Ich meine, das Auto ist ein bisschen... Mein Baby... Nein! Ja, dein Baby, komm hier. Dein Baby kann sie dreimal rollen. Mehr nicht. Ha, 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 ha. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Alright. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos in the Napsack. Hey, is the lady gonna be there? Or just the dick who ain't paid us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and I. Hey, look at me! Come on, let me know what you do, man. You need the bar, her? Ha, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. So, uh, the old hanging Chad has only gone and reported that car and stole it. Shit, and I spared this motherfucker. Scheiße, die Bullen auch noch. Oh, nö, hä? We've got a 503-Octel-Heroe. Of course, a Black-Trophane-T-Type. The advice is sentient arm. You know, what you know, I'll do it for the bullnup-word. I'll go right here, I'll go right here, I'll go right here. dann können sie mich eigentlich nicht erwischen oder ich freue mich rein so sorry hoffentlich geht das die haben mich nicht gesehen die haben mich nicht einmal gesehen also kann ich mich nicht erwischen ich warte jetzt mal ganz kurz hoffentlich geht das gut aber geiler wagen so kommen das schaffen wir dass man gerade so eine baustelle gefunden haben weil die haben uns ja jetzt nicht gefolgt also könnt ihr uns ja nicht sehen wo wir sind oder eigentlich schon eigentlich aber ihr wisst ja nicht wie gut die bullen sind ach gott sei dank sie sind gerade reingefahren alle wissen nicht verarschen warum von die rein warte mal ich warte jetzt noch mal ganz kurz weil sie trotzdem noch sehen können sie wegfahren alte die wollen gerade hier reinfahren alle wie schlau sind denn die fücher die sind ja mal schlau die pullen also das hätte ich jetzt nicht gedacht ich dachte wir waren safe waren wir auch ich glaube wir müssten sogar hier reinfahren aber na gut wir fahren weiter wollen haben wir nicht mal am hals okay dann sausten wir mal los dürfen auf gar keinen fall den unfall bauen dass wir uns hier umkippen wäre sehr schlecht wird schon behaupten deswegen mal ein bisschen vernünftiger fahren freunde wir haben doch zeit meine büte sei jetzt keine zeitangabe bis wann das auto da sein muss zumindest steht es ja nicht vor alter fanden die leute ja waren ja wie die westdeutschen also nicht gegen westdeutsche ich bin kein westdeutsche ich bin ostdeutscher so okay dann hier runter oder genau ach guck mal da sind wir sogar schon am flughafen mensch das klingt ja schnell eigentlich dann einmal noch rum und dann reinfahren ins gelände oder was eigentlich schon so 23 minuten naja das geht ja so und jetzt hier reinfahren so können wir denn überhaupt jetzt einfach so rein eigentlich ja nicht oder hallo ich möchte gerne rein hey I'm supposed to meet Devin Weston here Mr. Weston's hangar is up there on the left ach da ist ja drinnen oder was ach geil ok so freunde ich bin da ja freundchen das ist sie wie 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 Ah, I like this one day, man. For real. Like this or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, 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 don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am Opportunity. I'm Security. I'm fast cars, blowjobs. I got the world on a plate. Those two clowns? Oh, man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stop, man. Make that call. Before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah, yeah. Just take any car and go! Schnee mal den. So, da fahr ich noch mal ganz kurz aus dem Gelände raus und, ähm, mach dann erst mal ein kleines Folgenpäuschen für heute. Wah. Gebt der jetzt ab? Ach, ne, wir müssen noch zurückfahren, oder was? Ach, ne, einfach raus. Okay. Dann fahr mal ganz kurz raus. Dann haben wir bestanden, denke ich mal. So, voll, mach die Tür auf. Mach's Türchen auf. So, bestanden. Jawohl, Freunde. Dann mach ich auch mal ein kleines Folgenpäuschen. Wart mal ganz kurz hier. So, die heben da hinten ab. Okay, na gut, Freunde. Ich mach erst mal eine kleine Folgenpause. Und wir sehen uns demnächst wieder bei Let's Play GTA 5. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und, ähm, okay, dann bis später. Tschüss. Und danke für's Zuschauen. Tschüss. Wo hat man sichницы entsteht? Weil du hal und verwazieren Collaboration. adjustmentsile Das war so